Was geht ab YouTube? Willkommen zu einer neuen Reaktion. Heute reagieren wir auf HungrigerGuck und die Numero Uno auf Twitch. Da müsste eigentlich nichts kommen, theoretisch. Also beziehungsweise habe ich mich wieder gebannt. Ich höre mich so, Jungs. Schöne Momente auf Madeira. Lasst mal ein Like da, wenn ihr mich aufhemmet. Mann, ey. Jungs, ihr wisst, ich muss jetzt Likes und Kommentare baiten wegen, ne. Was anderes habe ich nicht mehr, Digga. Ich habe mein Twitch-Chat nicht, Mann. Oh mein Gott! Was läuft, was läuft. Willkommen zum nächsten Video. Der Tanzerbot flippt bei dir alles. 3, 2, 1. Das Ding ist immerhin sehr ehrlich, Bro. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, Digga. This is the moment. Zeig mir, dass du altge- Digga, was denn hier für fliegen? Ohne zu sagen, dass du alt geworden bist. Dann zeig mal hier, du Rentner. Hä? Guck mal da, Digga. Wie 3MX vs. Mick hier laufen wird. Stay, stay. Guck mal, wie sie takt hier. Oh! Ja! Ja! Was denn, sind wir volle los? Was heißt volle los? Ey, Bro, wolltest grad ein Chip-Low-Shop gehen oder was? Der Arme kommt ja nur vor. Der neue Stern am Livestream. Ach, das ist doch hier von Memo. Ey, Memo traut sich nicht, reinzukommen. Memo, komm noch. Moin, Leute. Wir sind nervös. Wir wollen passen. Ich wollte ja auch, dass dein Alert einfach genau von seinem Gesicht ist. Fragen beantworten. Wir wollen euch besser kennenlernen. Perfekt. Das stört doch. Was ist immer auf mein Gesicht dran? Du wurdest gehostet, Bro. Boah, schreib dich so schnell, Mann. Ich komm nicht hinterher. Ich kann euch sagen, das ist 100% Memo. Hört mal nacheinander, nicht alle auf einmal, Mann. 100% Memo. Macht deine Stimme lauter, oha. Wie das denn? Stellt euch nicht so an. Hauptsache, ihr hört, macht bei euch da lauter, Mann. Digga, wirklich nicht sauer, Digga. Rauchen ist doch nicht hard am, Leute. Was erzählt ihr da, Mann? Ihr macht bald alles hard am, Mann. Bro, der arme Memo, weißt du, das ist typisch Twitch-Jet, Alter. Das ist typisch Twitch-Jet. Ich weiß noch nicht, Chemie sollte ich eine 5 kriegen. Ich hab gesagt, das geht nicht. Dann hab ich gesagt, hallo, ich brauch ne 3, sonst krieg ich meinen Realabschluss nicht. Ich sag, Moss, geht nicht anders. Ja, mach mal deine Mappe neu. Dann hab ich einem Freund gegeben, hab gesagt, mach mal meine Mappe neu. Dann haben sie gesagt, jo, hast ne 3. Der Bruder hat das Schulsystem mies gedribbelt. Donation an. Schreib mal nicht Englisch, schreib mal Deutsch, Mann. Donation ist halt, also Spende, also Geld. Ach so. Ich hatte 5, 6 Jahre in der Schule Englisch, ich kann kein Wort. Er hat das Schulsystem wirklich verarscht. Wie verständlichst du dich dann auf Malta? Marcel ist doch da. And my, my buddy Memo, äh, 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 on the other side. Ich hab meinen Real-Schulabschluss. Ich auch. Aber kann trotzdem nicht lesen und schreiben. Schulministerium, der Typ hat euch geflickt. Wie alt bist du? Was denkt ihr denn? Jo, 10. Wahrscheinlich. 16? 15? 14? Mein Pass steht vor mir 50. Ach so, wie alt der Memo ist. Alter ist egal, Mann. Alter spielt keine Rolle. Alter ist unnötig. Ich glaub, das liegt halt auch viel mit der Internetwelt zusammen. So, man sieht die Ideale im Internet, wobei das alles mit Filter gemacht ist und was weiß ich. Und dann suchen sich irgendwelche jungen Mädchen gerade, sehen so, oha, die ist ja voll hübsch und wollen dann auch, keine Ahnung, ihr Gesicht was verändern und so. Was, Bruder? Ich würd mir was trinken. Ich dachte, wir reden auf Schöne. Was ist Nathalie für eine Nationalität? Ich weiß sie auch nicht. Mischling. Ich bin Kroate. Nicht Mischling? Nein. Und greifen sie den Hafen von Pearl Harbor an. Wollt grad sagen, Pearl Harbor. Ähnlich ein Stream mit dem Freestyle King und Finch ist sogar auch mit dabei. Die alten Runden von Finch asozial bei seinem Rap am Mittwoch, Digga. Legendär. Du verdammter. Digga, komm, gehen. GTA rein und dreh Pass, Finch. Weisheiten mit dem Rentner. Noch nie so schnell. Wurde ein Deckel aufs eigenes Gesicht gemischt. Oh mein Gott, Digga. Mundes Eifung und zwar, Digi, fass mich nochmal an, nachdem du am Schwanz gespielt hast. Castingboots war mit Junge. Bitteschön, Chat. Moin, Servus. Was ist denn da? Wie ihr da steht? Über den Rock? Hey, warte mal. Ist das Gegend? Bro. Wo ein Gegend hier? Ist das die Nanji? Ist klar, Digga. Amar kämpft mit geprellter Rippe gegen Wieland. Wenn du da triffst, kann brechen. Wenn du da triffst, kann brechen. Wenn du da triffst, kann brechen. Dann weiß ich ja, wie ich gewinne. Hahahaha. Oh, sorry. Jetzt noch schön einen auf den Hinterkopf. So, ey, ich hab das gesehen, ey. Guck mal. Und jetzt einfach ich so, ey, jetzt ran, Digga. Bahn, Digga. Das Ventil für Aggressionen und Hass. Er wird so aggressiv, dass seine eigene Mutter angstvoll macht. Als Strafe für sein unsportliches Verhalten wurde Wieland nun verdonnert, gegen die wilde Bestie zu kämpfen. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte Angst, Digga. Die Trimax zu kämpfen. Richtiges Monstrum. Die Trimax ist einfach ein Monstrum. Umwelt dankt er nicht für den private jet model punkt 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 du soll ich dir ganz ehrlich das kann ich gar nicht von ihm weil er sich Champagne in den Mund spritzen Influenza Traumpaar ist das nicht ist das nicht ein süßes bild oder hier ist das erste deutsche fernsehen ich finde es sogar sympathischer wenn eine frau sagt ich will das und das erreichen und ich will das und dass die ihr ziel verfolgt worauf sie bock hat geschnitten oder nicht das gute alte frage antwort spiel auf snapchat könnt ihr mal in die kommentare schreiben ob ihr das kennt und zwar so ein auf yo lass mal gegenseitig fragen stellen oder fragt sie irgendwie so ja was deine lieblingsfarbe sagt sie irgendwie so blau oder worauf siehst du beim sex das ist so komisch nicht direkt irgendwie so ne zu sehen wie leute sagen ja nein ja nein komm dann essen wir alle ja also ein teil von mir ist schon aufgestanden moooin was was geht da auf reber sassmann woa woa was geht hart diga auf reber sassmann woa woa guck mal ich hab hier so'n stressball das kommt da schon ahhh what the fuck schön knossi im moment es dreht aus dem camp woa pass auf jetzt hier woa was ist das denn woa was ist das woa 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 der stinkt the fuck is that shit was ist das scheiße eigentlich noch voll in die fresse alter scheiße grad war die sonne so und äh die sonne hat so richtig auf kylos arsch geschienen und dann guck ich so und denk so boah ich wusste gar nicht dass kyle so'n rotes arschloch hat also poloch entspannte fragerunde mit memo hast du keine wohnung in buxtehude hab ich man sorry dass ich gefragt hab magst du fanner boxteh nö bist du veganer nö 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 Für ewig Solo. Scheiß drauf. Ja, scheiß drauf. Gutes Video von Ehrenbruder. Ja, das war auch dann das Ende des Videos. Komisch. Komm einfach, einfach komisch. Bitte die teilt, unterlass' ihr noch nen Schein. Danach lass' ich sie allein. Ignorier' ich sie auf WhatsApp, mein Gott.